Vor dem Pferden eine umfassende Farbberatung durchführen, um kundenspezifische Farb- und Pflegebedürfnisse zu bestimmen. Auf beiden Seiten eine unregelmäßige Ponypartie vom höheren Schläfenbereich abteilen. Dann eine unregelmäßige abgerundete Partie von der oberen Haarkrone bis zur Ponypartie abteilen. Anschließend auf beiden Seiten einen radialen Scheitel von der unregelmäßigen Partie bis über das Ohr ziehen. Alle Partien mit TG Pro Sectioning Clips befestigen. Insgesamt sind es fünf Partien. Zunächst die Ponypartie unterteilen, hierzu einen radialen Scheitel ziehen. Als nächstes mit Hilfe einer Webtechnik Formel 1 auftragen. Das Haar mit einer Folie befestigen und zu einem Päckchen falten. Die Technik auf der anderen Seite wiederholen. Fortfahren bis fünf Partien auf jeder Seite bearbeitet wurden. Mit der unregelmäßigen Partie am Oberkopf fortfahren, eine radiale Partie abteilen und unterteilen, um eine Strähne zu erhalten. Formel 1 auftragen, mit einer Folie umwickeln und zu einem doppelten Päckchen falten. Die nächste Partie mit einer Webtechnik bearbeiten. Die Technik wiederholen, 2,5 cm vor dem Rand der Partie abbrechen. Mit der hinteren Partie fortfahren, diese für einen leichteren Farbauftrag unterteilen. Eine horizontale Partie abteilen und Formel 2a auf die nachwachsenden Ansätze und Formel 2b auf die Längen und Spitzen geben. Mit einem TG Copyright Color Mesh Strip befestigen. Auf der anderen Seite wiederholen und mit dieser Technik fortfahren, bis die hinteren Partien vollständig bearbeitet sind. Das restliche Haar von der oberen Partie dazunehmen. Die Seitenpartie durch horizontale Partien unterteilen und Formel 2a auf die nachwachsenden Ansätze geben. Mit einem TG Copyright Color Mesh Strip befestigen. Mit derselben Technik fortfahren, bis die Partie vollständig bearbeitet ist. Dann auf den restlichen Partien wiederholen. Die Farbe bis zu 40 Minuten einwirken lassen. Dann mit den empfohlenen Copyright Produkten auswaschen. Die aufgehellten Bereiche mit Formel 3 färben und die Farbe bis zu 20 Minuten einwirken lassen. Mit den empfohlenen TG Copyright Care Produkten auswaschen. TGDC ,. Spanien. Spanien. ią. Spanien. Bis zum nächsten Mal.